das war ja sowieso naheliegend oder was kann 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 ich wieder ich glaube ich ich noch mal so einfach und hoffe mal es geht weiter also nach 30 minuten und ich hatte eine kurze gameplay stelle aber es war ja nicht der rät erwert ich musste das weiterlaufen dass das zählte nicht prinzipiell waren es 35 wenn sie jetzt kommen mir nach rex zuerst müssen nach von z zurück nach hause richtig und deutlich ja nach hause das erkläre ich dir wenn wir da sind komm schon okay siehst du habe stimmt hier viele minuten der söldner truppe nicht ja die alle waren glaube ich fühlt und wirklich fertig gewesen die anderen werden 16 fertig gewesen aber egal kommt es aber beide ist auch nicht verkehrt und finde es auch zurück jetzt habe ich ja gerade diverse verträge bekommen ich weiß nicht für welche stadt das jetzt war sonst können jetzt theoretisch wieder in jede stadt zurück und alle neue sache bekommen aus dem leben aber schwierig 35 haben wir das inzwischen geknackt haben jetzt 335er wir haben ja nicht einen davon was zum doch da war ein hey 23 klar du bist zu hoch ist völlig normal aber können wir immer noch nicht machen das ist ärgerlich das ist sehr ärgerlich und hier was haben wir da da ist das habe ich auch noch kein so weit ich weiß geheim gute wieder wenn es bloß zwei wären mit 25 35 plus aber zu drei ich habe keine drei vielleicht keine drei freien blades und jetzt wo wir gerade weg ist sowieso doppelt doof moment fahrt kurz hier hier ist infos am stufe 1 in rot das habe ich nicht hier ist reiselust aber nicht in rot habe ich vielleicht doch welches talent haben das war ein spezial blade dafür aber nein offenbar nicht gut zu wissen aus gut zu wissen jetzt doch mal nicht hier vom her geschoben weil das geht nicht wo ist der andere da ganz am ende geil läuft super gut hier sahen wie diese stärkste gerade mit 29 darf genau von 30 nach oben hoch da haben wir es ja damals auch mit ihren damals er ist auch eine woche herne habe ich sie damals ja mitgenommen auf ihre spezial quest damit sie dann mal weiterkommt und überhaupt sowieso nur gott free wieder dreimal 35 auch dringend stecke blades hier meine güte wo war ich das gewesen war ich moraday wo kommen die quest jetzt hier ne ja davor ich keine ja nur drei quests aus der 4 ja was indula auch nichts meine güte ich muss ja dringend meinen ruf erhöhen glaube ich ganz dringend egal dann nehmen wir halt was damit haben wir doch dahin auch wenn das wieder ewigkeit unterwegs sein werden hilft ja alles nichts und einmal eine tierform bitte wo haben wir sie da ab dafür ich schicke die erste schlicht ab jetzt war die sechs von den angewiesen also ab dafür da 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 so wieder also wenig zurückkommen habe ich vielleicht sogar schon meinen söldnerrang erhöht und kann dann bald drei truppen lustig was mir sehr wichtig wäre so rein persönlich und so ja ja ich habe gerade kein markt aber gut ich muss auch nach vier jahre ist klar dass nichts ist weiter ich werde auch jetzt einfach weitermachen weil ich habe jetzt keine ich werde jetzt kein lebenquests machen soll ich nicht aber sollte klar sein also ab nach leffi hallo ab nach leffi ja von set das kommt kein quest markt aber er sagte davon set also gehen wir nach vorne set ist doch ganz klar wer bin ich ihm nichts widersprechen und mich aufzulehnen ich bin doch nicht so rebellisch veranlagt wie sonst ach guck mal erst mal sahen wieder quest nummer x ein weil auch von corinne sogar rex wir haben deine ah weil ich viel geld geschickt habe deine fast 95 millionen tausend gold bekommen vielen dank das gold wenn man schickst macht uns wirklich das leben leichter ich weiß ja manchmal mehr als das geschickt aber ist ok äh ja eben siehste bist du sicher dass es nicht eher an die 90.000 gold waren nein nein ich habe mich gerade noch genau im kopf es waren 58.954 da fehlen ja bei 30.000 vielleicht hatte jemand was abgezwackt bei der sendung meinst du wirklich ich hätte mich schon gewundert was das für ein schlechter betrag war äh schiefer betrag war da fällt mir ein als ich die schmor wolkenmeerhai geschickt habe musste ich auch eine saftige gebühr zahlen ah hört sich an als sollten wir uns die Sache mal genauer ansehen vielleicht weiß max der kurieren agent um etwas darüber er spielt falsches spiel würde ich sagen bin aber wenig überrascht man verschickt kein geld aus solchen gründen es ist einfach eine unart jawohl so egal ja ich kann mich wieder raus so mein guter gewissen und die nächste sequenz dumm 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 3 und tschüss was was wir hier wirst du wissen dass Fonset ein anderes namen hat huh Hero's Rest Hero als in Held Held ganz kurz tut mir leid ich unterbreche solche Sachen immer nur weil es wichtig ist wisst ihr ja äh es gibt ja in vielen Spielen und so weiter immer dieses Ding boah so ein Zufall dass genau dieser Held von da und da kommt und dass da genau dieser Held diese Leute trifft und das und das passiert ist ja so ein Zufall und so weiter das hier ist gerade eine Verbindung die in diesem Spiel erklärt warum es so ist warum ausgerechnet ähm unser Grandpa unser Titan die ganzen Leute kennt und wieso ausgerechnet jetzt bei Rex gelandet ist das ist eigentlich das finde ich gut wenn Spiele oder Filme und Serien sowas machen so versuchen zu erklären warum diese Zufälle im Spiel oder auch immer auftreten in der Geschichte auftreten das ist glaube ich universell ausgedrückt das Ganze und jetzt wissen wir Gramps hatte von vornherein den Auftakt auf die Stadt aufzupassen auf das Dörfchen und offenbar ist er dann auf Rex gestoßen was dann irgendwie wieder Schicksal Zufall ist aber letztendlich ist zumindest deren Kontakt und warum ausgerechnet er von allem Bescheid weiß das ist damit quasi geklärt finde ich gut Randnotiz finde ich gut wer weiß genau Bescheid der kleine flächige Dachs das ist unglaublich müsste er eher so fliegen wenn er fliegt statt so zu fliegen so physikalisch dann wollen wir mal weiter laufen da lang ah unauffällige Treppen die Treppen ins Glück vielleicht na tap 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 oh Sammelpunkt Sammelpunkt nicht nicht vergessen ich sollte ein bisschen mehr auf Springen drücken ich muss mir noch 4000 Sprünge schaffen damit ich Sprungkraft bei Telos einmal erhöhen kann haben wir bald geschafft jetzt so weiter geht bestimmt in der Woche kontinuier dich hüpfen 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 ich hätte es echt öfter machen sollen mittendrin ich wusste dass es kommt und es mich jetzt nerven wird aber naja gut ist noch nicht so wie die jetzt voll zu wegen Sprungkraft aber trotzdem tschüss ok tschüss aber ah Das ist fast schon zu einfach. Ja, das sieht mir auch klar. Auch das erklärt sich dann dadurch. Mhm. Mhm. Ha! Oh, Rex. Oh, Rex. Schwierig zu sagen. Wir haben ja aktuell die Kraft nicht von Mithra Empire. Aber ja, ist gut. Wir haben andere starke Blades, aber wir haben die beiden halt nicht. Ah, komm schon. Ich mach mich jetzt aber nicht wieder aus, ist mir egal. Ich hab keine Weckung zum Spaß hier hingestellt. Haha. Mhm. 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 Sein Kristall fand ich in der Rückschau am Anfang des Streams heute mit Emelfus Heil. Wie ist er noch mit seinem Kristall in diesem Zustand? Es ist wirklich nicht normal. Der Aegis ist der Masterblad. Die erste Blad, die der Architekt erbaut hat. Malus kann Dinge tun, die wir nur von träumen können. Und? Wie wird er genau seine Körbe restaurieren? Ja, genau. Er wird die Daten erbaut aus dem Körbe des anderen Aegis. Dann wird all seine Kraft erbaut werden. Mhm. Okay. So, was wird das für sie? Haha. Mhm. Mhm. Okay. Nunja. Nunja. Also darum konnten wir tatsächlich gegen den Guten auch überhaupt halbwegs bestehen im Moment gekämpft haben, weil er eben nicht voller Kraft war. Weil, wie schon erwähnt wurde, wenn Mithra jetzt, oder Pyra, je nachdem, ihre volle Aegis-Kraft erlangen sollten durch Rex, dann sollten sie in der Lage sein, Djinn, auch wenn er noch übermächtig ist, äh, mindestens Parole bieten zu können, wenn sie es wieder besiegen können. Und das gleiche dürfte dann für Malfos, äh, Malus gelten. Hm. Sehr gut. Moin. Achso. Stimmt ja. Pyra und Mithra haben so viel Konzentrationsstärke gehabt. Sind dich dabei? Dann passiert da nix viel, das ist ja klar. Kein Problem. Kommen weißtags zurück. Denke ich. So. Guck mal, ein Wurmloch. Also ein Loch von einem Wurm gegraben. Haha. Nein, ist sie noch nicht, Kurin. Noch ist sie es nicht. Er ist jetzt vor. Wir verhindern das ja. Das ist ja das Ziel des Ganzen gerade. Komm, es reicht mir langsam mit Sequenzen. Waaah. Oh. Joe Mack. Was ist los mit dir? Echt mal, was ist los mit dir? Sorry, meine Frau. Ich fühle mich ein bisschen schrecklich. Du auch? Du auch, Frau Bridget. Ja, für ein bisschen Zeit. Doch ich bin noch nicht so ein dummes Gefühl. Hey, gleich hier. Was ist mit diesem Ort? Es ist ein bisschen schrecklich. Ich werde wohl ohne meine Blades kämpfen müssen demnächst. Gramps. Gramps. Du wusste, dass das passieren würde. Die Geschichte sagen, dass die Spirits Crucible Elpis schreckt die Kraft von Blades schreckt. Es ist eine der Grund, warum niemand zurückgekehrt hat. Hmm. Aber wir haben noch Papi. Ich sage. Ätherfläge ist schrecklich in diesem Ort. Das könnte sein, weil es Probleme gibt. Wie in der Zeit in der Tantalese Palace. Das ist nicht nur das. Gläubige Partikel in der Luft. Sie absorben äther. Das ist eine source von Licht. Hm. Stimmt. Das ist ja hier drin, oder? Stimmt. Das ist ja hier drin, oder? Natürlich. Du bist ein artificiell Blades, nicht du? Vielleicht sollte ich Tora jetzt reinnehmen für die Sequenz hier. Statt Morag. Aber erst mal gucken, wie sich die Kämpfe anfühlen werden hier. Danach gehe ich stark raus. Sie brauchen wahrscheinlich Tora als Driver. Wie gesagt, Poppy lässt sich von kaum beeindrucken. Aber zuletzt war ich ja stark genug eigentlich für alle mit den Kämpfe. Ich denke, es wird doch so bleiben. Leichenthal. Das klingt... Ja, gar nicht so schlimm. Oh. Ich wollte mich doch rollen. Ich passiere, ist mir egal. Ich blätt mich wieder aus. Ja. Oder mein Ort hier. Das ist nicht gut. 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 Ich bin gut. Wenn nicht ich nicht? Wenn du nicht gehen, ich... Ich möchte dich hier bleiben. Ist das etwas falsch? Pandora war nur auf der Stelle zu bleiben. Haha. Nuh-uh! I'm going with you. We made a promise, didn't we? Don't you dare say you've forgotten. Ah. I go where you go. End. Of. Story. Fine. My lady. I'm fine. We can't give up now we've come this far. Don't. I know what you're gonna say. I understood. Mhm. Ich werde Tora einsetzen. Ja, das hilft nix. Es wird sogar explizit gesagt gerade. Also kommen wir nicht da vorbei. Die Nopons sind so groß und fett geworden Teil 2 in Teil 1, weil die war viel kleiner und zarter. Ich meine, wobei der ganze Artstyle, die natürlich der Figur noch ein bisschen anime-hafter ist und das in Teil 1 bisschen realistisch gehalten wurde, ein bisschen, nicht extrem, mag gut daran liegen. Egal, also wenn selbst das Spiel wirklich ins Gesicht drückt, dass ich Poppy reinnehmen soll mit Tora zusammen, dann mache ich das jetzt auch. Ähm, Aufstellung. Dann mache ich das jetzt auch. So. Was mich vor die Problematik bringt, dass ich jetzt Tora eh wenig gelevelt habe und nichts. weiß. Ich meine, das ist eigentlich wesentlich alles, oder? Gespräche führen. Na. Punktzahlen machen. Naja. Hatte ich eigentlich alles schon. Leider bevor das freigestattet war, deswegen zählt das nicht. Moment. Riegel. Zweifel. Kunst. Ton. Wir werden. Gemüse. Gemüse und Kunst. Okay. Tora. Gemüse. Ah, hat man. Hat man. dann nehmen wir erst gemüse die kunst häufig zwei sachen wo man kurz sein da fahren der komische ausdrucksweise aber ist okay gehe ich nicht weiter doch ein harmonie gewinn ist immer geil das sehen ja klingt wirklich bisschen naja das ist jetzt trotzdem bloß genau normales level in der harmonie stufe dauert hat ein weilchen was sagt eure dinge ich bin auf dem besten was ich habe hierfür defensiv also rein von der bock hatte hier gibt es nicht besser und dass wir machen okay aber der schade ich dazu gewinne das minimal und hier wirklich mit einer und das ist gerade was ich habe okay hier müsste ich auch immer gucken was inzwischen so viele neue sachen bekommen wahrscheinlich freigeschaltet jetzt theoretisch meine ich müsste jetzt besser alles machen können was habe ich denn gerade element kerntechnik war das gewesen kann sammeln muss zwei siehst du gerade kannst du hast viel gelesen ach so was er dich also auch so auch so wochen wir wollen nichts aber dass ich da was nicht gereicht hat das geben wir bei der besseren poppy weil schätztes weil sie damit besser klar kommt ach sie ist ausweich modell ok ach so wie sie gleich was kurin dann bekommst doch du das von mir panzer modus 4 gegenüber 2 15 20 20 ja bisschen mehr leben und mehr verteidigung habe ich aber jetzt natürlich mehr erhofft bei zwei stufen die für mich so aus als wäre das stufe 3 über vier vom gewinnen weil es über plus fünf seitens über vier stufe drei plus 2,5 kann ich mir nicht vorstellen irgendwie zumal hier ok panzer muss 1 zu 2 hat über einem wert 5 plus ok nur ganz klein schütten das ganze aber gut egal das ist wurscht hat doch wir haben es erstmal mehr muss ich nicht gucken weil mir habe ich nicht so ich trinke ein schlückchen ihr dürft mitmachen auf euch damit ihr dürft meine ich eigentlich ihr solltet auf jeden fall ok poppy und torah endlich wieder im hauptteam juhu prost ja ebenso denke ich hoffe ich so ich habe ein extremes problem seit final fantasy 7 holzbrücken in jrpgs zu überqueren das spiel ist daran komplett alleine schuld also ich weiß nicht darüber gehen möchte ehrlich gesagt aber ich habe keine wahl super hier den kleinen angreifender oder das war auch die grafik ein es waren die 46 besser hier mitten und zwischen uns das geht besser jetzt habe ich kein das habe ich glaube ich keine attacke um zu werfen oder dass ich will schon auch nur schwanken zu haben das jetzt blöde vielleicht soll ich mir ein anderes blade suchen wo ich fix welche umwerfen kann so ist ja echt bescheuert jetzt ohne pyra generell nicht nur ich baue noch einen blade dringend außer von pyra die auch umwerfen können das darf nicht nur ein körper haben die alle weise haben das kartiere jeweils einmal die alle weise haben wir auch allesamt einmal hochschultern oder schmettern und so weiter und so fort aber ich glaube das ist ein bisschen utopisch das ist wegen mit einer guten weltkommunikation weil ich alle kleinen bilder du meinst auch diese sache für natürlich sagt noch ein wechsel sagt hier auch nicht mega power und wenn ich glaube ich das egal ja 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 schwierig ohne also generell fehlt etwas im kampf gerade sagt 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 und ja als sehr schön mega viel kett gemacht gerade geilo ich habe mich aufgeschmissen wo ist er denn jetzt kommt runter ja 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 das war knapp der rastet aus verdammt er rastet total aus sieben da fällt mann 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 netter auftakt hier netter auftakt meine güte fecker 0 dunkle grüße na wie geht's denn so schön hast du dich zu uns gesetzt ich finde hängel hängelbrücke problematisch warte mal warte mal es ist hängelbrücke richtig richtig ich will das stäbige machen und verdammt aah was ich gestern noch so was nur er nur wagen geantwortet bei 8 balls ist mein eigener kann wieder der antwortet verdammt hatte auch das problem ist jetzt weg aber scheinbar doch nicht egal er hat sich mal was zu ob erst kind hat hat es doch schon mal dass ob es ihr dann hinter unter ausgabe der erweiterten modus zu aktivieren bei mir ist auch was für ein erweiterter modus black war ich kenne mich doch mit dingen nicht aus erweiterter modus du meinst jetzt neue docs andocken lassen oder ich kann mit der aussage nichts anfangen weil ich nehme an sowas wie einen erweiterten modus habe ich dann nie genutzt oder meinst du einfach nur stream elements als als bonus tool oder sowas oder wie aber wenn du das meinst generell sowohl ist mir jetzt tatsächlich nicht bekannt egal was da jetzt so von meint ist aah noch so viel lauft nein lass mich auch wenn du keine mucke hast aber lass mich äh ich glaube hier auf dem rücker drum dieses hat das titan ein war wobei ich glaube kann man das vom titaner zurück hat so ist es eher ein monster was hier gestorben er hat auch bei der grüß kunst was hinkommen äh erweitert modus von ausgraben modus und encoder 1 cd1 achso achso bei den einstellungen ne das habe ich noch nicht gehabt ich habe aber auch tatsächlich seit ewig nicht rum gespielt den optionen bei obs hast du dir ein update von obs gezogen in der zeit vielleicht ich nehme mich schon länger nicht mehr bestimmt ein halbes jahr bin ich auf der gleichen version von obs geblieben weil ich gelernt habe nach dem ersten mal upgraden von obs tue es lieber nicht wenn es nicht sein muss es raten sich was alle streamen an youtuber die das machen und 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 ich habe es dann auch nicht getan und ich glaube fahr damit ganz gut seitdem ne hat mir neu geladen das war das problem sein war wo das war das problem sein ich glaube es ist schwierig die alte version wieder herzustellen wenn man erst mal neu installiert hat also im dümmsten fall und in zweifel liegt es dann daran ich kann es dir aber nicht sagen ich habe das problem was du jetzt meinst natürlich noch nie gehabt nein da kann ich mir eigentlich helfen